Hey, Dad. Siehst gut aus, mein Junge. Hey, was ist mit deinem Gürtel passiert? Audis haben mich verprügelt und ihn mir weggenommen. Mein Sohn, es gibt nur eine Sprache, die solche Proleten verstehen. Pätzen. Das musst du jedem Lehrer petzen und jedem Erwachsenen, der dir begegnet. Bei mir, das war schon ein guter Anfang. Dann werden sie mich nur noch schlimmer verprügeln. Ja, scheint eine ganz clevere Truppe zu sein. Ich hab's. Ich werd sie für dich bei ihren Eltern verpetzen.